Hallo zusammen, ich bin Rafi. Wir sind ein Kollektiv von Aktivisten und Aktivistinnen der Autonomen Schule Zürich. Wir haben in den letzten vier Tagen ein Festival organisiert, das Lampedusa-Festival in Zürich. Während vier Tagen haben wir Ausstellungen organisiert, Filme und Diskussionen. Ein Theaterstück und ein Workshop. Die ganze Sache ist entstanden. Wir waren mit einer Gruppe der Autonomen Schule letztes Jahr zweimal in Lampedusa. Das erste Mal Ende Februar bei einem Treffen, das Garta di Lampedusa geheissen hat. Da haben verschiedenste Organisationen aus Europa und Nordafrika in Lampedusa ein Manifest verabschiedet für eine andere Migrationspolitik. Dort sind wir in Kontakt gekommen mit lokalen Aktivisten, mit dem Colletivo As Causa. Das ist ein Kollektiv, das auf Lampedusa selber Migrationspolitik oder Gründe von Migrationspolitik untersucht. Und in verschiedensten künstlerischen Hinsichten arbeitet. Sie haben dort ein Museum, das nennt sich Porto M, wo das Gegenstände von gestrandeten Migranten ausstellt. Und das haben wir jetzt auch hierher gebracht. Und dann haben sie uns eingeladen. Im September organisieren sie mittlerweile zum sechsten Mal ein Filmfestival. Lampedusa in Festival heisst das. Und wir sind im September auch an diesem Festival dabei gewesen. Und haben gefunden, was dort gezeigt wird, das müsste auch hier gezeigt werden. Und wir haben gefunden, wir bringen das Festival hierher, weil dort laufen sehr interessante Filme, die auf vielseitigste Art und Weise die Problematik von Migration beleuchtet. Und wir haben einen grossen Teil des Festivals hierhergebracht, haben aber auch neue Sachen eingebracht. Und wir haben uns immer noch, die voranme, wenn du dir viele Menschen spares, wie vor ich hin in dir. Ich glaube, für dich, warum, die Welt, die Hände des Spiel rauchten, Das ist, die Handigkeit des Filme, wiederholzieren Sie, wie beinhalten, die Leute zu sagen und vermietern sie, die nicht in der Zeit verletzte. Und wenn du gar nicht, dass du ins nach der initiate verletztest, wöchleer,, die, die Leute gesch kindergartenern, Und die Anzeigungen in der Zeitpunkt des Vierchenes schassen, Ein Workshop hatten wir mit geflüchteten Menschen, die eine Kartografie erstellt haben, die man im Clubraum auch anschauen kann. Wir haben auch andere Gäste eingeladen aus dem Umfeld der Autonomen Schule Zürich und aus dem Ausland, um verschiedenste Themen von migrantischen Selbstorganisationen und von Grenzpolitik zu diskutieren und haben das jetzt auch mit grosser Unterstützung der Roten Fabrik in den Clubraum bringen und in die Aktionshalle. Wir sind jetzt am letzten Tag sehr zufrieden, es ist sehr gut gelaufen, es war sehr gut wirklich, wie viele Leute das interessiert und wir haben sehr interessante Beiträge gehört und gesehen. Musik 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 Musik